hallo zusammen wollte auch das perfekte steak zubereiten und das ohne großen aufwand dann ist wahrscheinlich der thermo roaster to go genau das richtige für euch ein praktischer steak grill mit zahlreichen vorteilen bis zu einem sehr fairen und guten preis schauen wir uns den also heute mal an diesem video den thermo roaster to go und da gibt es wirklich zahlreiche vorteile die wir heute berichten werden werden euch diesen steak in der video beschreibung verlinken schaut mal rein klickt mal dort auf den link drauf und da kommen die direkt zu diesem produkt ist praktisch hier zu einem guten preis dann zu kaufen gibt der vorteil hierbei sind die beiden gas kartuschen als mobiler steak ganz ohne gas flasche und das zeichnet diesen auch wirklich hier aus falls dieser kanal gefällt gibt mir einen daumen hoch und abonnierten jetzt und dann würde ich sagen start mal direkt durch und jetzt mal etwas näher auf den thermo roaster to go im detail ein also schauen wir mal direkt hier im detail an und gehen mal die vorteile durch der kompakt ist oder hermann kann hier oben praktisch ganz einfach einstellen er eignet sich sehr gut für steaks aber auch für gemüse fisch und co und somit ist praktisch universell einsetzbar bekannt ganz einfach transportieren oben praktisch hier verstellen von der gasmenge her und dann geht es im grunde auch schon los er ist praktisch umweltfreundlich und eignet sich wie vorhin schon erwähnt ideal fürs camping wenn ihr praktisch mobil einen kleinen grill braucht um auch noch hier perfekt steaks zuzubereiten er heizt bis zu 800 grad heiß aufgrund der keramik infraroteinheit oben drin somit könnt ihr steaks burger fisch aber auch zum beispiel hier ganz einfache sachen wie gemüse problemlos zubereiten es gibt hier mehrere einschübe mehrere schubladen da könnte praktisch hier auch unterschiedlich temperatur einstellen es gibt einen tragegriff und auch noch weitere extras die praktisch im lieferumfang mit dabei sind also rundum sorglos paket und ich würde sagen jetzt mal kurz auf die produkt details etwas näher ein und schauen sie nochmal ganz genau hier an so schauen wir uns jetzt hier mal den thermo roaster to go von der marke roddenberger industrielle uns an das sieht praktisch aus ist wirklich ein sehr hochwertiger oberen grisgrill die man ganz einfach und mobil verwenden kann der riesen vorteil bei diesem ja steak grill ist eben der ich zeige es euch kurz dass wir hier hinten die kaskratuschen ganz einfach in diesen grisgrill praktisch einstecken kann somit ist komplett mobil einsetzbar perfekt fürs camping oder auch natürlich ich würde der rasse geeignet wenn ihr keine große kass hat oder auch nicht die irgendwo hinstellen möchte also ein tolles teil zu einem guten bereich würde ich behaupten dafür dass man den hier so mobil einsetzen kann also gehen wir kurz hier durch was kann alles wir haben hier praktisch die zubereitung von steaks fisch meeresfrüchten gemüse und co wie auch bei anderen steak grills möglich wir haben dann hier 800 grad system also bis zu 800 grad warm wir haben hier schienen mit dabei und natürlich auch die ganzen andere teile die auch sonst hier mit dabei sind auch hier natürlich noch mal dass sich hier um tragbaren oberhitzegaskel handelt der mobile flexibel unterwegs ist und somit hier keine schwere gaslasche benötigt also top teil wir gehen jetzt mal kurz hier auf die variation noch mal ein nicht mehr viel zu sehen wir gehen es gerade mal kurz hier weiter zum beispiel zu dem online shop wir werden euch auch den hier in der video beschreibung verliebt also was ihr interesse habt klickt man jetzt auf den link unten drauf dann kommt ihr direkt zur produkte seite wo es auch hier kostengünstig dann zu kaufen gibt preislich liegen hier bei circa 259 euro und ja so sieht das ganze praktisch aus hier gibt es noch ein paar mehr details wir haben natürlich auch hier denn die möglichkeit so ein schienensystem zwischen einschieben dann mit diesem grill dann zu verwenden wir haben hier ein robustes edelstahlgehäuse es gibt hier eine aufbewahrungstasche auch die mit dabei ist mit der kann man sie ganz einfach transportieren und der lieferumfang besteht wie folgt also wir haben aber den hochleistungsgrasgrill mit diesem tragegriff es gibt einen grillrosthebel der ist praktisch auch hier mit dabei mit integrieren mautschlüssel auffangschale ja mit grillrost sie haben die batterie für die pet zur zündung eine abdeckhaube und eine schöne bedienungsanleitung also alles praktisch hier mit dabei und es ist wirklich ein sehr gutes umfangreiches set und natürlich dafür dass das mobil betreiben kann der auch hier sehr interessant also schaut euch mal an deswegen sagt hier in der video beschreibung verlinkt klickt man dort auf den link darauf da kommt ihr praktisch hier direkt auf einer der produktseiten und der ist auch aktuell wissen angebot also könnte eindebares geld sparen da gehen wir jetzt zum schluss mal kurz die wichtigsten vorteile durch vom thermoroster to go und die sehen wie folgt aus haben zum einen hier einen guten preis erheizt bis zu 800 grad er hat eine piezo zündung ein schienensystem und die gasflaschen sind praktisch hier im gerät integriert und somit ist keine große notwendig ja vielen dank fürs zuschauen falls euch praktisch hier dieser kanal gefällt abonniert ihn gibt mal daumen hoch und auch die links dazu zu diesem gerät die gibt es in der video beschreibung